Es gibt da ein Projekt. Ja, es ist ein nettes Straßentheater, wenn Sie nicht einfach unsere scheiß Gruppe verlassen hätten. Man, glauben Sie, dass das, was im Theater passiert, es wäre Ihr Leben, Ihre Kultur? Wir verwandeln diese Stadt in etwas gänzlich anderes. Wer von euch mag der Abstand überhaupt? Wer von euch mag der Abstand gar nicht? Schneller! Leute, keine Lücken lassen! Stell dir vor, im Maschinenbarstudium nur ganz wenig Männer und alles Frauen. Und die Frauen wissen alles besser. Ich bin ja auf Zusammenhänge gestoßen. Da träumen Sie nachts in Ihren Träumen von. Das ist, ich glaube ja, dass hier in Darmstadt alles zusammenläuft. Wir sind, was wir hören. Der Klang geht direkt in unsere Seele. Ich höre immer zu, immer zu, immer, 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 immer so Stimmen in meinem Kopf. So Stimmen, Stimmen in meinem Kopf. Also habt ihr vielleicht nicht, oder? Sie sind gesund. Leider. Ich kann nichts für Sie tun. Ich bin ja ich mich nicht für Sie. Vielen Dank.